Dieser verfluchte Köter. Na los, hol die Töne. Das müffelt hier drin vielleicht. Mach ein Fenster auf. Ihr haust hier wie die Schweine. Also, wo ist der Stein? Kommt schon, wo ist der? Der ist da drüben. Wo? Ich hab ihn in so einer Schachtel gefragt. Er ist weg. Ich krieg Sodbrennen, Tony. Tun Sie was Schreckliches. Nein, ich mein das ernst. Der Hund. Der Hund hat ihn gefressen. Na, das haben wir doch schnell geklärt, was? Tony. Was? Sehen Sie dem Hund nach. Wie soll ich denn in dem Hund nachsehen? Ganz einfach, machen Sie ihn auf. Das ist doch keine verfickte Konservendose. Wie soll ich denn den Hund aufmachen? Das kann doch nicht so schwierig sein. Das geht ein bisschen zu weit, oder? Also, wirklich. Nein, das könnt ihr nicht tun. Das Vieh quietscht vielleicht. Was ist? Haben Sie noch nie ein Hund quietschen hören? Wer mit dem verdammten Scheißklepper? Du gehst, ne kleiner Schwanzlutscher. Na, dem Herrn sei Dank. Scheiße! Dieser verfluchte Scheißgöter! Kommen Sie, Tony! Tony, kommen Sie schon! Tony? Haben Sie uns was zu sagen? Ja, fliegen Sie nie nach England.